also einfach wieder durch den schacht ist ja nicht das problem dann müssen wir ihnen wahrscheinlich irgendwie ablenken machen wir das wie machen wir das erst mal schauen wir uns mal an in dem bild was ja der krachter stiesel ist tatsächlich einer meiner lieblingsfiguren in der bericht aus der möchte gern profi mit dem es nicht vergönnt ist in die fußstapfen seines vaters zu treten der nämlich richtiger profi mini golfer war und diesen komplex mit sich herumträgt während er sich da gegenüber wie der große mac aufführt ist eine der komplexesten randfiguren also unnötig komplexesten randfiguren der computerspielgeschichte wie ich hoffe unnötig komplex ich glaube ich schreibe mir diese zwei worte mal irgendwo auf und hängen sie mir übers bett und meditiere darüber okay wie machen wir das können wir können wir nicht einfach so hey oh oh ich verdufte lieber warte gefälligst nee und dann schnell hier lang und schnell durchs fenster was soll das komm sofort wieder rein du brichst dir doch alle knochen komm doch raus und hol mich ja nicht doch hat unser mini golf profi etwa höhenangst feigling feigling ja lach nur aber irgendwann wirst du da runter kommen müssen und dann kannst du was erleben wir werden nicht runter kommen müssen denn wir gehen einfach wieder hier rein während er am fenster wartet und hofft dass etna wieder zurückkommt schleicht sie sich einfach hier von der anderen seite einfach raus können wir die tür abschließen ich glaube das brauchen wir gar nicht nicht so schnell süße hab ich dich doch noch erwischt wie kommst du nur dazu hier frei herumzulaufen und wie bist du da rausgekommen marsch zurück in die zelle willst du meine antwort hören läppisch da musst du schon früher aufstehen jep okay houdini ich weiß aber eins mist 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 das war wohl nix können wir können wir können wir können wir eigentlich so wieder in den schacht klettern ja können wir aber ich glaube das bringt uns nicht wirklich weiter haben wir hier vielleicht irgendwas vergessen Diplombook haben ein artikel ein artikel den haben wir noch nicht angesehen ein gerahmter zeitungsartikel über dem kamin das scheint wichtig zu sein was ist denn das mörder gefasst das ist doch mein vater auf dem foto in diesem artikel steht dass mein vater ein mörder ist das ist eine ungeheuerliche lüge das das mörder gefasst in den frühen morgenstunden stellte sich der 41 jährige mattis konrad den behörden obwohl er sein vergehen den mord an ein 8 jährigen kind dessen namen zum schutz der familie nicht genannt werden soll bereitwillig gestanden hat erwartet ihn wahrscheinlich die höchststrafe in diesem fall der tod ein motiv wollte der täter nicht angeben der alleinerziehende vater hinterlässt seine tochter etna die der obhut von dr horatio marcel den polar horatio marcel dem leiter der hiesigen psychiatrischen heilanstalt heilanstalt überantwortet wird nicht raucher im streich zu vermissen nehmen stimmt das denn so ist er wirklich ein mörder ok dann gucken wir mal nochmal vielleicht ist hier was in den raum was wir übersehen haben eine bowlingkugel nehmen wir die mal mit da bleibe ich bestimmt nicht mit mir herum ah vielleicht müssen wir das licht ausschalten hm hm gehe zu fenster nein das wollen wir ja nicht und wie kommen wir hier jetzt wieder rein rein können wir hier gar nicht mehr was ist das denn ansehen schaue nach unten wow wie es aussieht habe ich noch einen weiten weg vor mir ja Dachkante wie kommen wir an ihm vorbei können wir ihn vielleicht provozieren dass der seinen schläger fallen lässt reden mit gitter hey hallo was willst du denn jetzt schon wieder ich würde gern noch mehr über minigolf wissen wer will das nicht habe ich dir schon erzählt dass ich in der profi liga spiele yep entschuldigst du mich bitte mein hase möchte mir etwas sagen was ich wollte dir nichts sagen pst spiel einfach mit der typ ist todlangweilig ja ja immer noch verrückt nicht verrückter als der rest hier wie machen wir das hmm vielleicht wenn wir hey oh oh ich verdufte lieber warte gefälligst nein wir rein standbild und schnell in den schaft klettern oh nein was soll das wie kommst du nur dazu hier frei herum wie bist du da r marsch zu willst du meine läppisch armaste yep ok ich weiß aber ich will hier raus vergiss es ich bin gerade echt ein bisschen überfragt wie kommen wir an dem vorbei die säule benutze säule benutze säule ok dann müssen wir nur schnell sein hey oh oh ich ja komm ja komm warte gefällig nein keine los schnell 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 was soll das komm sofort wieder komm doch raus und hol ja ja aber irgendwo dann so 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 ja komm ich kletter da so benutzen säule da ist er eingesperrt und wir kommen hier durch was so schnell hab ich dich doch noch erwischt hä wie kommst du nur dazu und wie bist du da ra marsch zurück willst du mein läppisch armaste yep ok houdini ich weiß aber ein was wie ist er da rausgekommen wir haben doch die säule vor die tür gestellt nimm säule ah ok nehmen pflanze das macht jemand anderes hey oh oh ich verduft warte gefällig ok darfst du warten was soll das wie komm mal läppisch arm hier halt die fresse stiefel ok houdini ich weiß zwar nicht wie du entkommen konntest aber eins ist sicher nochmal wird das nicht vorkommen das gibt's doch nicht Entschuldigung also ich wollte jetzt nicht hier rummeckern aber wir hatten ihn schon in den raum drin wir haben den raum versperrt oder war das falsch und warum ist er auf einmal so verflucht schnell ok so hey oh oh ich verdufte lieber ja besser ist warte gefällig so schnell hier rein ah er darf wahrscheinlich gar nicht sehen dass wir hier draußen sind so gehe zu gehe zur Tür ja hä was soll das ich verstehe es nicht wie bist du da Marsch zurück willst du meine A läppisch ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht jep ok houdini ich weiß aber eins ja ich glaube das speichern wir mal einmal kurz speichern den können wir überschreiben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin werde ich mal versuchen den nochmal zu umgehen außerhalb der Aufnahme und dann sehen wir uns wahrscheinlich wenn wir ihm entkommen sind bis dahin